Ah, meine lieben Freunde. Ja, was machen wir denn heute so Schönes? Ah, ich kann euch Items schenken. Ja, ich verschenke zwei OP-Items. Oh, krass. Und einmal ist das Monster Reborn und Brain Control. Also, ein Item werde ich hier verstecken, im Geisterhaus. Ja, man kann auch reingehen, sucht den Eingang. Und eins werde ich, ähm, schauen wir mal nach, wo würde ich das denn verstecken? Ähm, ähm, bei der Achterbahn, genau. Eins werde ich bei der Achterbahn verstecken. Irgendwo bei der Achterbahn. Kann auch ganz oben sein, ganz unten, dazwischen irgendwo. Nur bei der Achterbahn, also. Da ist ja ein bisschen umgezäunt, hier vorne. So, und da werde ich es verstecken. Vielleicht im Tunnel oder da oben, da unten, überall, irgendwo. So, wir haben zwei Items und die werde ich dann beide verstecken. So, und heute werde ich wieder screamen. Aktiviert die Glocke, dann wisst ihr, wann ich screame. Schaut immer auf ein Handy, dann wisst ihr, wann ich screame. Und da werden wir dann die Plots verlosen an euch. Das eine Plot, was wir auf Instagram dann gepostet haben. Und da haben ja auch sehr viele mitgemacht, über 33 Leute. Und wir schauen auch uns alle Plots an von den Leuten, wer das dann auch wirklich verdient hat. Und die Kommentare schauen wir uns auch dann nochmal an. Ja. Und ja, das freut mich, dass ihr alle mitgemacht habt. Und jetzt kriegt ihr wieder eine Belohnung auf mein-gott.net. Und ja, und morgen gibt es auch wieder ein Scream natürlich. Und ja, jetzt geht es los. Und jetzt verstehe ich das jeden Mal. Ja, fragt sich nur wo, wie auch immer, wann auch immer. Jetzt könnt ihr abschalten. Eins habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wir werden natürlich wieder einen Rang verlosen auf Instagram. Folgt mir da. Und dann werde ich heute auch noch was posten auf Instagram. Und kommentiert mit euren MyCraft-Namen. Hashtag MyCraft-Name. Und dann, ja, mal sehen wir den Gewinn. Dann Sonntag werden wir die Verlosung an euch machen. Wer den Rang dann gewonnen hat, die Auslosung. Ja.